Modalverben im Perfekt Modalverben im Perfekt Das Partizip 2 oder das Partizip Perfekt genannt, ist die Form des Verbs mit G gemacht. Im Satz Ich habe gekauft, das Wort gekauft, ist das Partizip 2 oder wie gesagt das Partizip Perfekt. Für die trennbaren Verben in der deutschen Sprache stellst du G immer zwischen das Präfix und das Verb. So haben wir die folgenden Beispiele. Zuerst das Verb Wegfahren. Das ist ein trennbares Verb. Und wir können das Partizip 2 bzw. Partizip Perfekt bilden mit G zwischen dem Präfix und dem Verb. Weggefahren ist das Partizip 2. Für das Verb aussuchen, das Partizip Perfekt, ist so gebildet mit G zwischen dem Präfix aus und dem Verb sucht. Und ein drittes Beispiel. Das Verb mitkommen, natürlich ein trennbares Verb, hat das Perfekt 2 mit G zwischen dem Präfix mit und dem restlichen Verb kommen. Das Perfekt der Modalverben wird immer mit dem Hilfsverb haben und dem Partizip Perfekt gebildet. Das Partizip Perfekt wird mit G, dem Perfektstamm und T, der Endung der regelmäßigen Verben, gebildet. Nur bei den Modalverben sollen und wollen unterscheiden sich dieser Perfektstamm nicht vom Präfensstamm. Das Partizip Perfekt wird mit G, dem Präfix mit G. Das Partizip Perfekt wird mit G, dem Präfix mit G. Das Modalverb kann auch zusammen mit einem Vollverb das Partizip Perfekt bilden. Standardsprachlich wird das Perfekt bei den Modalverben mit dem Präfix des Hilfsverbs haben, dem Infinitiv des Modalverbs und dem Infinitiv des Vollverbs gebildet. Das Partizip Perfekt wird mit G, dem Präfix mit G. Das Partizip Perfekt wird mit G. Das Partizip Perfekt wird mit G.